Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren und zwar geht es heute um drei Toys, die neu dazugekommen sind beim Winterhauchfest 2018. Ja, an der Stelle erstmal fröhliche Weihnachten allen, die jetzt um die Weihnachtszeit hier reinschalten. Wir wollen uns jetzt nämlich um die Winterhauchtoys kümmern. Ihr seht schon, mittlerweile gibt es hier, wenn man hier oben Winterhauch eingibt, zwei Seiten, also es sind schon eine ganze Menge an Toys. Wo ihr die alten alle herbekommt, verlinke ich euch in der Playlist einfach einmal mit drin, da hatte ich ja auch schon Videos zu den älteren Toys gemacht, diesmal hier nur ein kleiner Überblick über die drei neuen. Und zwar haben wir einmal das Spielzeugrüstungsset und ja, in zwei Ausfettungen, einmal für die Allianz und einmal für die Horde und dann noch Altvater Winters Ruhestein, der sehr, sehr cool aussieht. Und ich habe jetzt hier gleich schon mal das Rüstungsset angeschmissen und das ist nämlich einmal der Helm und diese Allianz, ja, Wappenrock, den ihr hier seht. Und dann habe ich mir aus dem vergangenen Jahr hier quasi noch das Spielzeugwaffenset, gab es das letztes Jahr, wahrscheinlich gab es das letztes Jahr oder ein Jahr davor, wo man dementsprechend hier einmal Schild und Schwert noch mit dazu hat. Selbiges ist dann natürlich bei dem Spielzeugwaffenset von der Horde, beziehungsweise Spielzeugrüstungsset von der Horde, dann das gleiche, ihr seht ja, ist einmal der Helm, Horden, Umhang und dann das Waffenset quasi Schild plus einmal die Axt. So, jetzt gucken wir uns noch einmal den Ruhestein an. Und zwar, wenn wir den hier aktivieren, dann kommt hier diese, ja, Frost, Wind, keine Ahnung, was das sein soll, um einen rum und man danzt ab, während man den Ruhestein drückt. Oh, jetzt habe ich es nochmal hier abgebaut, sonst wäre ich weggeportet worden. Das funktioniert einfach wie ein ganz normaler Ruhestein. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr diesen habt oder jegliches andere Ruhestein-Toy-Item, euren Ruhestein wegschmeißen und spart euch einen Slot. Ja, das geht auch mit dem Schlotternachtsding oder mit dem, ja, mit diesem Ding vom Archäologie, irgendwas mit Tochter des Schankwirts oder wie das heißt, oder des Gastwirts, wahrscheinlich irgendwie sowas, da kann man den Ruhestein weghauen, kann man sich auch immer wiederholen beim Gastwirt von dem her, ist das hier kein Stress. Also könnte man sich theoretisch einen Slot sparen und hat noch eine bisschen bessere Animation. So, jetzt vielleicht die Geschichte, wo bekommen wir das alles her. Ja, diese ganzen Toys bekommen wir ab heute, dem 25.12. einmal hier unter dem Baum als Geschenk. Ich hatte es quasi, ich habe jetzt nur bei dem Main hier das Ganze aufgemacht, also sprich mit einem Schauen, hatte wirklich alle Geschenke gehabt. Heißt, hatte da ziemlich Lack, vielleicht ist es bei euch auch so und ihr habt auch mit einem Durchgang quasi alle und sonst, ja, könnt ihr einfach ein paar Twinks locken und die Geschenke mit denen auch noch aufmachen, dann habt ihr, denke ich mal, auf jeden Fall alle drei Toys. Übrigens, ihr müsst nicht mit Horde und Allianz hierher, wenn ihr das Rüstungsset von der Allianz lootet, kriegt ihr automatisch auch das von der Horde, also das funktioniert auf jeden Fall. Solltet ihr das Video jetzt wesentlich später einschalten, also sprich schon ein Jahr weiter wieder, dann bin ich mir relativ sicher, dass sie auch diese Toys hier wieder bei der Daily mit reinbasteln, die wir hier kriegen. Ja, ich habe jetzt gerade meinen Instant-Annehme-Add-On wieder an und zwar müsste das diese hier sein. Wo wir einmal dann Metzen befreien müssen und die gestohlenen Leckereien zurückholen müssen und da bekommen wir immer hier dieses gestohlene Geschenk und Blizzard hat bis jetzt eigentlich so gemacht, dass sie die ganzen Toys, die man, ja, oder auch Pets und diverse Belohnungen von den vergangenen Jahren immer hier in das Geschenk reingepackt haben. Heißt, man kann durch diese Daily sich die alten Belohnungen immer noch freispielen und das wird sicher auch mit den Belohnungen von diesem Jahr dann quasi nächstes Jahr passieren. Also wenn ihr da noch ein paar Toys habt, die euch beim Winter auch fest fehlen von diesen hier, dann sind die sehr, sehr mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit auch bei dem Geschenk hier mit drin und dann könnt ihr quasi die da ein wenig nachfahmen. Ja, das soll es mit dem kleinen Video gewesen sein. Vielleicht noch als kleine Anmerkung, wenn ihr natürlich Horde seid, ist das Pandor auf, ja, auf der anderen Seite hier in Kalendor und zwar hier in Okremar vor dem Haupthaus. Da steht auch ein netter Weihnachtsbaum und da könnt ihr dementsprechend eure Geschenke abholen und natürlich auch diese schicke Daily machen, falls euch noch eins von den anderen Geschenken fehlt. Solltet ihr jetzt explizit noch wegen den anderen Winterhauchtoys schauen wollen, das habe ich schon in einem älteren Video einmal behandelt, da einfach die Playlist ein bisschen zurückspulen. Da ist auf jeden Fall schon das ein oder andere Video drüber gemacht worden. Gut, das war es dann an der Stelle schon wieder. Ich wünsche euch noch eine frohe Weihnachtszeit und ja, vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!